Okay, ich hab ihn, Lois. Peter, was zum... Das ist nicht Scotty, das ist Ben! Oh, tja, wir kennen die Familie noch nicht so lange. Ich kann mir die Namen noch nicht merken. Verdammt, bring ihn wieder rein und hol Scotty, das Baby! Ist gut, ich hol das Baby. Und du kannst dir in der Zwischenzeit mal Gedanken über deinen schnippischen Ton machen. Lois, ist das das Richtige? Psst, Peter, ja, jetzt komm runter. Psst, Peter, ja, jetzt komm runter.